Hallo, Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Schöner kann ein Gewehr nicht sein, viel älter und noch im Einsatz glaube ich auch nicht. Wir haben hier eine kleine Hahn-Seitenschloss-Doppelbüchse aus dem Hause Holland in Holland. Die Form ist so vollendet für mich, gerade wenn ich mir die Proportionen des Pistolengriffs anschaue, wenn ich mir anschaue, wie die Fischhaut geschnitten ist, wie der Schaftrücken mit der Nase der Backe platziert ist. Das ist alles für mich Ästhetik in allerfeinster Form. Ebenso die Proportionen der Hähne, dann die sogenannten Isolated Backlogs, die Abzugsgruppe. Das Glas, ebenfalls ein super frühes Glas, ist später eingesetzt worden. Dazu hat man leider auch ein paar Teile aus der Originalschiene entfernt. Aber das zeige ich gleich nochmal ein bisschen präziser. So, was kann man mit so einem kleinen Gewehrchen anstellen? Eigentlich sind die Sachen früher gebaut worden für den jagdlichen Nachwuchs, die dann in den adeligen Parks umhergestreucht sind, Eichhörnchen und ähnlich gefährliches Wild erlegt haben. Hier hat man aber zu einem späteren Zeitpunkt das Kaliber konvertiert in eine Patrone, die von Nachwuchs gerne genommen wird, eine 30-30 Winchester. Eine Patrone, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden ist in Amerika und eine der ersten Patronen war, die mit rauchlosen Pulver verschossen wurde. Also Winnetou hat sie nicht eingesetzt, denn sonst wäre ein Rauchzeichen angesagt gewesen. Hier geht es dann zum ersten Mal ohne. Nun, ganz kurz zum Gewehr selber. Nicht nur die Schönheit ist bestechend, sondern man hat tatsächlich eine kleine Doppelbüchse, mit der man auch Schweindel erlegen kann. Und für die Drückjagd, wer sich traut, mit so einem sehr puristischen Glas zu jagen, der sollte das tun. Sula-Einhak-Montage. Wer möchte, kann natürlich da auch ein tauglicheres Glas draufsetzen. Aber ich fände es noch viel schicker, wenn man über die offene Visierung so ein Gewehr zum Einsatz bringt. Das Kaliber war ursprünglich, vermute ich mal, eine 300 Sherwood. Ist jetzt von mir beschossen worden, denn der Vorbesitzer, der dieses Gewehr geführt hat und wohl so erworben hat im Kaliber 30-30, hat keinen großen Wert auf Beschussstempel gelegt. Aber das ist jetzt gewährleistet. Sie ist beschossen. Gültiger Beschuss seit letzter Woche. Darüber bin ich sehr glücklich. Das heißt, voll einsatzfähig. Ein kleiner englischer Traum. Holland in Holland. Ende des 19. Jahrhunderts. In der Form. Superschön. Bitte einmal die Kamera etwas näher. Wir haben hier ein Flat Top Check Ring, so nennt der Engländer diese Fischhaut, die ansonsten nur noch von Fratelli Rizzini in dieser Form geschnitten wird. Und das ist schon wirklich sensationell. Auch das ganze Holz ist sehr ordentlich. Das Gewehr ist jetzt auch nicht übermäßig aufpoliert, sondern sie ist so, wie sie ist. Die Abzüge funktionieren wunderbar. Hähne lassen sich fast lautlos spannen. Und man kann damit sicherlich auf der Drückjagd auch das ein oder andere Stück wild erlegen. Und man muss sich nicht immer den Vollerntern in Kamouflage und Plastik hingeben, sondern man kann auch mal zur Abwechslung ein schönes nostalgisches Gewehr führen. Dieses super Angebot wird bei IGAN präsentiert werden. Und ich hoffe, dass es Ihr Interesse findet. Bitte bieten Sie alle mit. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.